Das Pferd wurde Gott sei Dank von einem Bauern aufgehalten, der eine Kuh vor sich her trieb. Hans sah die und sagte laut, na, was gäb ich nicht für eine Kuh? So ein Pferd macht ja, was es will, aber eine Kuh, die gibt Milch und Butter und Käse jeden Tag. Ha, meine Güte, eine Kuh, die wär was. Der Bauer sah das Pferd an, das noch jung war, dann die Kuh, die schon ziemlich alt war, und sagte, na ja, Hans, weil du es bist, würde ich dir die Kuh im Tausch für das Pferd geben. Und Hans rief überglücklich, wirklich, das würdet ihr tun? Ha, ihr macht mich zum glücklichsten Menschen unter der Sonne. Und schon trieb er die Kuh der Heimat zu. Und der Bauer ritt eilig auf seinem neuen Pferd davon. Hoho, was für eine Freude. Ich brauche einfach nur ein Stück Brot, und das wird sich ja wohl irgendwo auftreiben lassen. Und dann habe ich Käse und auch Butter und Milch, sagte Hans fröhlich. Und wo wir gerade von Milch reden, ganz schön Durst habe ich. Mal sehen, ob ich nicht einen tüchtigen Schluck Milch bekommen kann. Und er legte sich unter die Kuh, um sie ein bisschen zu melken. Aber mochte Hans auch ein geschickter Handwerker sein als Melker, war er eine totale Niete. Und das merkte irgendwann auch die Kuh, und zu guter Letzt trat sie ihm mit ihrem Hinterhuf gegen den Schädel, dass ihm der Kopf brunkte wie ein alter Dieselmotor, der natürlich damals noch gar nicht erfunden war. Aber schließlich war er doch Hans im Glück, nicht wahr? Konnte man merken, denn eben kam ein Metzger vorbei, der hatte ein junges Schwein auf einem Schubkarren dabei. Ja, was ist denn hier los, Hänschen? Hoho, fragte er. Und Hans erzählte ihm von seinen Abenteuern. Pass mal auf, mein Lieber, sagte der Metzger, der bemerkt hatte, dass Hans eher von der einfachen Sorte war. Ich bin ein netter Typ, und du tust mir leid, also wie wäre das? Du gibst mir die Kuh, die taugt eh nichts mehr, und ich geb dir mein fettes junges Schwein dafür. Na, wie sieht's aus? Ich bin ein netter Typ, und du tust mir das. Ich bin ein netter Typ, und du tust mir das. Ich bin ein netter Typ, und du tust mir das.